Ich bin einfach hier. Einfach Feuerwelle. Du kannst hier schaden. Aber das hat mich gar nicht gewann. Hat die Armoredofts gebraucht. Nein, lass mich da durch. Wie Erik einfach Erfahrung steht am Spawn. Nein. Oh Gott. Nö. Erik, hilf mir. Ich bin gar nicht klar. Egal, trotzdem hilft mir. Ich bin mir hier. Ich kämpfe die ganze Zeit gegen nur 37 Magen, Mutis. Als hat wie diese Scheiß-Gäfer den Spawn-Campen. Äh, den Shop-Campen. He he, Erik. Oh Gott, ey. Chris, 44 Tode. Ich bin 20. Ich bin eric 25, aber er steht aufgarum. Was nein. Was gibt also plus 10.000? Oh Gott. n ich stehe gar nicht auf kaum neu ja nie so ein bisschen so ernst weil es halt ist so schwierig man schwierig man macht die richtung an zehn-hour schleife Ah, es ist tot. Jetzt kommen hier oben noch mehr. Ach, die sind alle tot. Hier oben ist noch mehr, ja. Ja, ich habe gerade den Job hier erstmal gecleatet, damit da keine Käferchen mehr reinkommen. Die hole ich mir jetzt. Die hole ich mir jetzt. Die hole ich mir jetzt. Oh nein. Oh, Tentakelviech. Oh Gott. Jetzt haben die Leute da draußen, die hole ich mir jetzt gehört. Die hole ich mir jetzt. Irgendwer hat mir jetzt ins Gelb geschrieben. Die hole ich mir jetzt. Hö, 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 fuck. Fuck. Wer hat mir den, die hole ich mir jetzt geschrieben. Scheißegal. Ah, irgendwer. Äh, fuck, irgendwer hat mich ins Gelbkonfi gezogen. Das mache ich jetzt aber nicht, denn ich stelle jetzt lecker aufgeschäftigt. Lecker. Lecker. Nicht einfach, Gott. Mein gut, warum? Ich, dann sieht man, sehen die Sky, das ist umständlich. Geh einfach aufgeschäftigt und ist alles gut. Auf zum Defense Shop. Ich habe noch nicht genug Geld, um mir irgendwas zu brauchen. Ich weiß echt nicht, was ich mir holen soll, ey. Armor, was bringt der Dodge? Oh, nice, Alter. Ich könnte mir beides holen. Kannst du dir Dodge kaufen? Ich kann mir nur Frost Shield, dann kann ich mir Geld. Alter, jetzt, ey, noch so ein bisschen Geld, dann kann ich mir beides holen. Hm, ich brauche auch Geld, ich brauche generell noch Geld. Ich brauche 10 noch, oder sowas. 10 Geld. Ich brauche noch 50. 10 Geld, ah, hier, am Bad, nice. Feuer, 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 feuer. Hentai-Vie. Oh, lol. Oh, lol. Das wird jetzt erst mal flambiert. Okay, also ich habe jetzt was gekauft, wenn ich das so verstanden habe, wie ich... Nice, ich kann davon jetzt... ...kann ich von Schüssen... ...kann ich von hinten mit Schüssen getroffen werden. Alter, okay. Ja, genau, noch O-P-er. Ich glaube, der ist aber auf Dings nicht so O-P. What? Auf E-Rex, weil der ist eigentlich ganz cool für den dann. Ey, wieso ist das nicht O-P, Alter, das ist hart O-P. Ja, ein ganz schlecht Monster, wir kämpfen mit denen aber die ganze Zeit mit dem Rücken da zu denen stehen. Ey, ja, die kommen aber manchmal von allen Seiten. Ich besiege es. Ja, ich habe es alleine besiegt. Ich bin der Mist. 120 Grad Radius hinter mir, also. Oh, eine Bombe. 46 dead. Ach komm. Ach, hier ist noch ein hinter einem Monster am Arsch. Können wir nicht mal neun Dings setzen, neun spawnen? Ja, da unten ist sogar, glaube ich, einer. Nein, doch nicht. Ich habe es getötet. Ist es tot? Ich habe es getötet. Ist es tot? Da lebt noch eins, Alter, da ist noch eins. Ja, warte, ich bin gerade dabei, es zu töten. Zu anal penetrieren. Töte mal die eine Male da, dann kann ich das machen. Ich glaube, bei Schild wird auch ein bisschen Waste verliebt. Irgendwie blockt das gar nichts. Verstand? Irgendwie 120% Radius. 120% Schaden. Nein, 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 120 Grad. Fähig. Ja, also bei mir stand da, ich kann 10% Chance, dass ich überhaupt gar kein Damage bekomme von dem 2F. Also die, ähm, 120 Radius. Ich habe es besiegt. Wo seid ihr? Bei dem Zentakelvieh, den habe ich gerade getötet. Ja, ich habe es gerade nicht gefunden. So, hier. Oh Gott, kommen da viele Fledermäuse. So. Na, nein. Na, Chris, bist jetzt echt gestorben? Ja, war eine Fledermäuse hinter mir. Alter, Erik, deine Kombo. 36er Kombo. Ich habe 999 Geld. Ach, der hat doch Geld. Infinity, nein, okay. Ich habe 48. Lass mal da unten hingehen, da ist so ein Tentakelvieh. Ich komme da hin irgendwie. Und hier ist ein Shop. The secret has been revealed. Oh, wo? Hier ist ein Shop, hier bei mir. The secret auch ist da. So, oder Frost Shield kaufen, so. Aber ich weiß nicht, was der Shop macht. Ich kenne das Zeichen nicht. Wo denn? Ah, da. Ja, aber wir haben noch nicht genug. Ich brauche mehr Geld. Gibt es hinten noch Monster? Ne, ne? Haben wir gekleert. Warte, ich aktiviere mal hier einen Checkpoint. Das ist ja nett. Ne. Das ist ja schon mehr. Weil D-Fiecher kann ich gar nicht. Ja, die kann ich auch nicht wirklich. Aber wenn du die... Welche? Oh, ja, noch mehr davon. Käfer mit den Stacheln. Ja, die muss ich nicht... Spaß und Freude. Adi. Kille-Kombo! Spam einfach, Mark. Ja. Ja. Weil ein Dreißiger kommt, oh, yay. Ach, komm! Na, wenigstens mehr hier den Checkpoint jetzt. Christe, Death-Animation muss man auch noch zeichnen. Ja. Genau, wir machen ja ein Spiel. Fuck! Also, ihr macht ganz... Ne, ihr inspiriert euch hiervon. Nicht klauen. Keine Eigenwerke. Wir fügen einfach die ganzen Eigen... Wir fügen einfach die ganzen Animationen bei uns ein. Das passt. Okay, da sind... Alter. Lass mal nach hier unten gehen. Ja, da oben können wir auch gar nicht hinter den Stacheln. Also, okay. Erik, der Risk-Taker hier. Alter, jetzt kommen wir wieder diese fetten Käfer. Ja, aber ich bin mal... Ich bin mal kurz... Mal sturbieren. Vielleicht. Ich hab gar kein Leben verloren in dem Kampf gegen die. Das ist so cool. Ich kann die Viecher gut töten mit meinem Gift. Gift? Ach so, da ist er dein Christ durch, ne? Da ist ein Crack in a Wall. Jawohl. Geld. Secret Shop, was ist das für ein Shop? Kacke, ich hab' Kombo-Healing gemacht. Egal. Kombo. Oh, nötig. Nein! Oh, ich hab's noch nicht all mein Geld ausgegeben. Mwaaah. Ich will sterben, danke. Toll. Ich hab kein Geld... Äh, für den... Leu... Ich bin tot. Ich hab' kein Geld für den Scheiß-Ob. Ich auch nicht, aber ich brauch' keine Kombos, von daher... Läuft. Ich brauch' auch keine Kombos. Ich mein, die Kombos, die ich hab', ne? Dieses Scheiß-Wecklauf. Das ist total unnötig. Dafür könnte ich mir dann... Kombo Levitz, Leute. Kombo Levitz. Warum hab ich mir das nicht kack jetzt? Irgendwie verwirrt das voll, wenn man stirbt und dann wechselt die Kamera Instagram. Ja, da bist du richtig von mir, ey. Scheiße. 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 Oh, wie viel sah ich nicht fürs haben? Haben wir einen Bonzer Schlüssel? Bitte. Fuck. Fuck. Oh mein Gott. Hilfe. 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 Nein, nein, Alter! Hab' den Spot von den... Oh, Lord. Hilfe. 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 Richtig. Ich hab' das Bockler da sind. Nee, da reg' mich schon wieder doch total auf. Hab' schon wieder fast alle getötet. Hilfe. 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 Ein Punkt auf. Oh, nein. Hilfe. Ich brauch' das ganze Geld. Geh' mir an alles Geld. Geh' mir an alles Geld. Geh' mir an euer Geld. Nein, ich will sterben. Mein Geld. Mein Geld. Jetzt haben wir doch schon viel Geld. Mit einer Hand ist echt mehr. Alter, hat einiges Geld gegeben. Oh, das war... Dann ist voll wenig. Ich hab' orange gefunden. Geil. Die kann ich aber nicht aufnehmen. Geil. Das ist goldener Apfel, Mike. Hab' ich auch schon... Die kann zu essen. Fuck. Das ist ein goldener Apfel. Ja, das ist ein goldener Apfel. Ja, das ist ein goldener Apfel, glaube ich. Ja. Ich verhalte dich ziemlich viel, glaub' 20 oder... Ja, ja, der halt mehr. Nein. Ich jetzt. Der halt weniger, weil er aus Gold ist, ist irgendwie logisch. Hm. Also ich will Gold in echt nicht essen, also. Ja. Warum nicht? Blattgold ist lecker. Nein, schmeckt mir gar nix, aber trotzdem. Ich lass' den! Ahaha! Haha! Nice, Christer! Das läuft! Speedy! Brauch' ich gut. Wär natürlich für mich getan. Spikes deactivated. Danke! Oh, da oben ist ganz viel. Ich will was... Nein! Las' mich hier reingehen! Nein! Da oben sind wir noch nie! Ich brauche ein Sieg! der Diamanten gebt mir das Checkpoint aktiviert Oh nein, ich sehe schon mal die ganzen Maden-Mutis ja das ist eine richtig fette Maden-Mutis Maden-Mutis Deine Mutter ist so fett, dies normale Schock dran, ihr seid einfach nur total blind Alter Alter Warten wir sind Invincible Loll, da ist Chris Hinrenn, hinrenn, wo? Health Pool, nice, 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 nice Health oder Mana? Ich glaube, das ist Max Mana von 75 zu 130 Ich glaube, ich hol mir mal lieber von 50 zu 80 Health Ich hol mir Health? Ja, ist besser Alter, ich hab jetzt 100 Mana, ne, guck mal, wie lange ich da ziehen kann Alter 3,4 Und du kannst auch noch länger Das ist eine Sanse Ja, ja Ich hab jetzt 130 Mana insgesamt So, ich bin 120 Leben Hätt ich vielleicht nicht wasted sollen, aber Ich hab jetzt 80 Leben Ja, also das wär auch schön für mich, aber Ich hab' glaub ich jetzt 110 Leben Der Healing Aura bin ich Schon nicht ab hier Vam, 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 vam Ja, genau Ja, du kriegst schon nicht Nice Vam, 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 vam Alter, diese, diese, die sind mit dem roten Iokeeschen, die sind echt op Okay. Ja. Ja. Und diese scheiß Stachelkäfer, die geben mir noch viel mehr auf den Sack. Ja, aber die kann ich wenigstens mit dir deinen Mann rausnehmen. Ja, ich auch. Aber dieses scheiß Sprayn von denen, ne. Oh, jetzt kommt ja wieder so ne fette Brücke mit jede Menge Madenmuffis, ey. Geht doch. Jesus, hast du mich in der Mutter vermisst? Vielleicht ist sie ja hier dabei. Ha 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 ha. Ha ha ha. Hier unten geht's auch noch lange. Ich hab die Bostür gefunden. Ich hab die Bostür gefunden. Oh, Alter, die Bostür, ey. Ich weiß doch, der Boss war richtig schwer. Oh, die Dodgers. Der will richtig einfach, der Boss hier. Richtig lecker, du. Ja, vor allen Dingen haben wir auf Medium gespielt, oder auf Easy sogar. Ja, auf Easy spiel ich. Oh, jetzt wird's lecker hier oben. Oh, no, no, no. Ja, so ist gut. Lecker? Jaa? Oh, ils plains mich gar nicht. G armzech underscore nix. Ha 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 ha. Musst ihr euch mal angucken, was da hinter mir herlieft. Oh, mein gott. Wottlpp fett hm estos jä. Alter. Guck, äh, creatureson luck rling. Noo. Alter. Da ist был bis in der Unterstr Hunican die grade mitten drin. Vielen Dank.